Untertitelung des ZDF, 2020 Bald im Kino Nicht? Jetzt ist es richtig auf Ihr seht da schon was Kleines Aber zuerst Verpackungsmaterial Weg damit Braucht kein Mensch So Fangen wir direkt an mit dem Feuergeister Set Von Keller Da musste ich zuschlagen Weil das kostet in diesem Shop Echt extrem wenig Dann Geht es hier weiter mit den Nico Powerboards Dann noch eine schöne Kleine Sache Die Speedies Von Nico Dann Vom Pirondo Team Drei kleine Gummibärchen Tüte Tüten Nochmal danke an euch dafür Dann Die XXL Magic Spinballs Von Panda Feuerwerk Wurde mir auf jeden Fall empfohlen Die sind glaube ich nicht schlecht Dann Kommen wir jetzt zu einem Der größten Sets glaube ich Das Future Class Von Leslie Mit 30 Schönen Cut 1 Fontänen Das kommt auf jeden Fall Oder da kommt auf jeden Fall Ein Test dazu Dann Die Kryptonite Von Bröckhof Ein paar schöne Teile Gold und Silberregen Von Veko Acht Stück In der Verpackung Einmal das Crazy Chicken Von Veko Dann haben wir hinten noch was kleines Das UFO von Keller Mit drei Stück Gehen wir jetzt mal zu den Ah da unten ist noch was kleines Von Nico Die Knatterblitze Und Dreimal Die schönen Leslie Luftpfeifer Jetzt kommen wir glaube ich zum Highlight von dem Ganzen Zum riesigen Oder Nicht riesigen aber Großen Das war es schon mit dem Unboxing Wir sehen uns dann gleich bei der Übersicht Das ist jetzt nochmal die Übersicht Ich hoffe euch hat das Video gefallen Wie gesagt doch mal wie am Anfang schon erwähnt Einen großen Dank an Pirondo für die schnelle Lieferung Auf jeden Fall ein schöner Kat 1 Job Das war es dann wie gesagt Schon von diesem Video Lasst gerne ein Like und ein Abo da Und wir sehen uns beim nächsten Ciao Bis zum nächsten Mal Ciao 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 Vielen Dank.